LS ist einer der grundlegenden Linux- und Unix-Befehle, den viele schon ziemlich früh lernen. Man muss ja schließlich öfter mal schauen, was ist denn alles in einem bestimmten Ordner drin. Mittlerweile gibt es aber eine deutlich bessere Alternative, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte und euch auch zeige, wie ihr die auf eurem Raspberry Pi oder auch anderen Linux-Systemen installieren könnt. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Das LS selbst ist schon einige Jahrzehnte alt und stammt bei den meisten Linux-Distributionen aus den GNU-Core-Utils. Es enthält schon ein paar Funktionen, um besser damit arbeiten zu können, die man aber über einen Parameter bewusst aktivieren muss, zum Beispiel "-L für die Listenansicht", "-H für eine menschlich besser lesbare Größenangabe", oder aber auch "-C", um verschiedene Arten von Dateien und Ordnern farblich hervorzuheben. Das quelloffene Werkzeug EXA geht hier aber nochmal ein ganzes Stück weiter. Es erkennt zum Beispiel eine ganze Reihe an verschiedenen Datentypen und gruppiert diese in verschiedenen Farben, damit man das auf den ersten Blick erkennen kann, was habe ich hier für Dateien in dem Ordner. Außerdem nutzt es die Farben auch an anderen Stellen, zum Beispiel bei den Dateiberechtigungen links. Ebenfalls interessant finde ich die eingebaute Baumansicht mit "-T für Tree". Sie zeigt auch den Inhalt von Unterordnern an. Dafür müsstet ihr nun mal entweder LS mit dem jeweiligen Unterordner von Hand einzeln aufrufen, oder aber das Werkzeug Tree installieren. Beide Wege sind aber entweder nicht so wirklich übersichtlich oder weniger umfangreich. Was mit Bordmitteln ohne weiteres gar nicht geht, ist die Möglichkeit Symbole einzublenden. Das kann EXA mit einem Schalter, zum Beispiel ein Dokument für Textdateien, oder so ein Codesymbol für Shell-Skripte, Ordnersymbole für Ordner und so weiter. Wer Git verwendet, wird sich sicher darüber freuen, dass der Status von Dateien in der Versionsverwaltung ebenfalls angezeigt werden kann. Ich zeige euch nun, wie ihr EXA bei euch auf eurem System installieren könnt. Ich habe hier ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB an Arbeitsspeicher mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS 11, also Debian Bullseye in der 64-Bit-Version. Es klappt aber relativ ähnlich auch auf anderen Linux-Systemen, wie zum Beispiel Debian oder Ubuntu-Servern. Die Installation ist auf mehrere Arten möglich. Zum einen gibt es das APT-Paket, das gleichnamig EXA heißt. Das lässt sich relativ einfach installieren. Das Problem ist hier leider derzeit, dass wir die ältere Version 0.9 dort in der Paketverwaltung drin haben. In Version 0.10.1 wurde zusätzlich Git integriert, sowie die farbigen Icons, die ich vorher schon angesprochen habe. Wenn ihr also diese Version hier installiert, dann fehlen diese Funktionen. Das wird sich in Debian oder Raspberry Pi OS 11 auch nicht mehr ändern. Voraussichtlich in 12 gibt es dann neuere Pakete, aber im jetzigen Stand ist es eben so, dass wir das mit diesem APT-Paket nicht umsetzen können. Falls ihr ohne diese zwei Funktionen leben könnt, könnt ihr mit sudo apt install exa das Paket installieren. Aufrufen lässt es sich mit exa, dazu später noch mehr. Es gibt zwei Alternativen dazu. Zum einen stellt exa auf GitHub in den Releases Binärdateien bereit. Die könnt ihr auf x86 Systemen zum Beispiel nutzen. Ebenso gibt es eine Version für ARMv7. Die ist aber in 32 Bit. Wenn ihr eine 64 Bit Version des Raspberry Pi OS installiert habt, dann startet exa nicht, weil es gegen 32 Bit Versionen von verschiedenen Bibliotheken gelingt ist. In diesem Fall bleibt nur das händische Kompilieren. Das habe ich im Portal-Ticket beschrieben. Ich zeige es hier mal nur kurz. Wir müssen ein paar Pakete installieren, falls sie nicht schon drauf sind. Anschließend Rust installieren. Einmal hier dieses Skript, das ihr runterladet. Am besten vorher mal kurz reingucken, bevor ihr das ausführt. Dann entsprechend starten. Das dauert einen Moment. Da muss man hier noch kurz bestätigen. Mit Installation fortfahren. Also standardmäßig kann man Enter drücken. Das lädt ja alles Notwendige runter. Damit die Befehle zum Kompilieren von Rust in der Shell genutzt werden können, müsst ihr einmal mit Source hier die Datei laden, wie es hier angegeben ist. Jetzt brauchen wir noch die Abhängigkeiten von der Software selbst. Also von exa, die wir installieren müssen. Nun klonen wir das GitHub-Repository von exa. Navigieren anschließend in den Ordner, der genauso heißt, also auch exa. Und können jetzt hier Cargo verwenden, um die Software zu bauen. Auch das dauert jetzt ein paar Minuten. Vor allem beim ersten Aufruf, wenn ihr das noch nie kompiliert habt. Die Warnungen hier sind in dem Sinne kein Problem, um das ihr euch kümmern müsst. Ihr findet nun die Benerdatei im Unterordner Target Release. Da gibt es dann eine exa-Benerdatei. Und die kann man jetzt auch schon ausführen. Mit "-version", zeigt ihr uns die Version an. Und ihr seht, das ist eine neuere. 0.10 statt 0.9. Und hier sieht man dann auch den Zusatzpunkt Git. Da es eine einzelne Benerdatei ist, könnt ihr die einfach nach zum Beispiel User Local Bin verschieben und dann aus jedem Ordner mit einfach exa heraus aufrufen. Beachtet aber, dass ihr hierbei Updates händisch einspielen müsst, da das eben nicht über die Paketverwaltung installiert wird. Einige der Vorteile muss man aber mit bestimmten Parametern aktivieren. Die besten und wichtigsten aus meiner Sicht, "-l für die Listenansicht", groß "-f zur Klassifizierung nach Datentypen", das heißt wir bekommen einen nachgestellten Schrägstrich bei Ordnern, Standchen bei ausführbaren Dateien, add für symbolische Verknüpfungen. "-g", zeigt neben dem Eigentümer Benutzer auch dessen Gruppe an, "-h", aktiviert die Kopfzeile zur Beschriftung und mit "--icons", aktivieren wir farbige Symbole. Das sieht dann so aus, zum Vergleich einmal ls ohne Parameter und ls "-l in der Listenansicht". Anfangs hatte ich ja von der Baumansicht gesprochen, die kann man mit dem Schalter "-t", aktivieren, hier macht es aber Sinn, mit "-l die Tiefe anzugeben". Mit 2 begrenze ich die Tiefe auf zwei Ebenen, also das aktuelle Verzeichnis und noch einem Unterordner. Auch hier habe ich dann die verschiedenen Symbole vorne dran und die Farben erkennt zum Beispiel sofort hier eine Readme-Datei, Vagrant-File oder hier ein Archiv. Ebenfalls sehr praktisch ist das Gruppieren von Ordnern. Da können wir hier mit dem Schalter "-group-directories-first", festlegen, dass er erst alle Ordner anzeigt und dann eben die Dateien, um das ein bisschen übersichtlicher zu trennen, wie es manche grafischen Dateiexplorer auch schon machen. Den Git-Status kann ich mir mit dem Schalter "-git anzeigen lassen", dann gibt es hier eine zusätzliche Spalte, wo das eben anzeigt. Das funktioniert nur in den Ordnern, wo ich ein Repository habe. Hier habe ich zum Beispiel keins, da fehlt dann die Spalte. Hier im Exa zum Beispiel, da habe ich aber ein Git-Report. Es gibt hier jeweils zwei Felder. Das erste zeigt Änderungen an, die schon gestaged wurden, aber noch nicht im Commit committed wurden. Das Zeichen rechts daneben zeigt Anpassungen, die auch noch nicht gestaged sind. Hier zum Beispiel, ABC hat in der ersten Spalte N für New, weil ich das gestaged habe, aber eben noch nicht committed. License zum Beispiel ist schon versioniert, wurde aber M für Modified, also verändert. Neu-Datei 2.txt dagegen ist N für New, wurde aber noch nicht gestaged. Das kann man dann hier unten nochmal sehen. License, Modified, verändert und hier komplett untracked, also noch nicht verfolgt mit Git. Nun ist der Befehl ziemlich lang geworden. Das möchte man natürlich nicht ständig eingeben, statt wie bisher ls oder ls-lh zum Beispiel. Dafür würde ich ein Alias anlegen, und zwar in der Bash Aliases. Die Datei gibt es nicht. Die könnt ihr mit einem Textiliter eurer Wahl neu anlegen. Liegt hier im Home-Verzeichnis. Und da legen wir jetzt fest, Alias zum Beispiel l mache ich mir gerne als Abkürzung mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Und ein zweites Alias, ll, wo ich l nochmal aufrufe. Und dann minus t für die Tree, also für die Baumansicht. Und zwei Ebenen tief. Das speichern wir. Anschließend mit Source die .bash.rc neu einlesen. Und nun können wir l nutzen. Und auch ll müssen hier also gar nicht mehr viel tippen. Man kann extra über Umgebungsvariablen noch tiefer anpassen. Das würde den Rahmen sprengen. Wer sich dafür interessiert, findet den Link im Portalartikel. Dort sind auch alle Befehle enthalten, dass ihr die einfach kopieren könnt. Ich nutze es eine Zeit lang schon auf all mein Linux-System und bin damit sehr zufrieden. Wie ist eure Meinung? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.